Willkommen bei ARAGON – Mein Hundeleben! Das ist unser King ARAGON! Ich bin Stefan! Ich bin Sonja! Zusammen sind wir Team ARAGON! Passend zu den Soul-Hits, die wir hier draußen erleben, präsentieren wir euch ein fürchtfröhliches Video mit ARAGON, der schwimmt. Ja, ihr mögt euch sicher noch aus dem Video von der Prägungsphase erinnern, wo kaum ein Kräueli getraut, ins Wasser zu halten, oder auch beim ersten Bad, wo er ins Wasser noch nicht so ganz kürisch war. Er hat sich noch geziert. Genau. Und mit der Schützenhilfe und gut zureden, hat er sich doch wirklich zu einem ausgeprägten Wasserliebhaber entwickelt. Genau, wie so ein Biber. Ein kleiner Biber, ja. Er ist fast nicht mehr aus dem Wasser zu bringen. Und für die Meisterleistung, dass er jetzt so mutig ist worden, und sogar schon so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen reinkumpelt, hat er ja sicher 2-3 Likes verdient, oder? Ich würde so sagen, ja. 2-3 Likes auf jeden Fall noch ein Abo. Das wäre mega schön. Und jetzt viel Spass beim Video. Okay, nicht ins Wasser. Ihr wisst ja, ich möchte nicht ansetzen. Ja. Musik Musik Ja, gute, gute Ja, ganz schön Ja, freundet die mich Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So cool. Hey, so cool. Komm runter. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja gut, ja gut, ja gut! Ja, super! Ja gut, Paragorn! Ja gut, ja gut! Ja gut! Ja gut, ja gut! Ja gut, ja ja ja! Hop, hop, hop! Ja gut, gut, hop! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Jetzt hast du etwas gemacht, dass du jetzt in der Leiter siehst! Ja! 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 Musik 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 Ah, guten Morgen, Frau Mann! Musik 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 Und in Braunberg Musik Ja, alles gut Musik 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 Oh! 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 Musik 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 So, das wäre es schon wieder gewesen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch ein Like. Einen Kommentar. Oder noch besser ein Abo. Ich würde gar nicht mehr verpassen. Aus dem spannenden Leben von unserem King Aragon. Und das Glöckchen nicht vergessen. In diesem Sinn, bis bald. Habt's euch. Tschüss.